ja alle zu sagen wir sind und kommt zurück zu Bordelands 2 mit dem Sanirex und ja den Prologer eben den Text gerade nicht gehört weil wir so schlau war und davor die Hörte vor aufgehört aufgehört wenn wir erhältlich aufgehört hat so aufnehmen sagt und wer jetzt sind wir hier und müssen Prozent Euro und das ist hier noch Heimann beim Anteil von der Volk die Lange muss schon Nürnberg und das ist so k mit dem Hammer geschlagen aber die Gerechtigkeit also das gilt Beste ich habe keine Oh Gott, da ist ein Bulli-Bum. Ich will mal erleben hier. Ich liebe diese Schrotflüte. Äh. Verdammt. Es ist noch nicht vorbei, du Arsch. Hey, Hennenloch. Da mein Untergang gerade deine Stadt gerettet hat, könntest du dein Essen und Klappel eingefallen zu. Und mein Auto. Ah. Ich denke, ich stehe jetzt in Ordnung. Komm zu meiner Behausung. Nicht da reinlaufen. Okay. Ja. Guck, passiert nichts. Ah. Nein. Ich will da aber rein. Wir beide sind wie zwei Ernst in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Kugeln in einem Magazin. Ja, ich will auch. Ja. Ah. Ich komme gleich raus. Ah, Hennenloch. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hennenloch. Jäger, gelehrter Gentleman. Drehst zu diensten. Oh, was, du kannst den Untertitel deaktivieren. Ähm. Ja, schon bisschen. Danke übrigens, dass du gekillt hast. Was ist denn los? Wo ist es? Ich finde es nicht. Das ist gleich unter Grafik. Also, wer das tut raus? Oder? Was ist grafisch? Ne. Was ist grafisch? Ja. Ne. Was ist grafisch? Es macht es kurz runter, weil ich noch besitzt. Genau. Starke Audio. 끝 fürstand. ich stelle mich drauf das war es auch schon jetzt wieder drauf schließen ich habe ein Augenblick wieder und du bist weitlässlicher als ich dich in Erinnerung habe dann Zeit, dass wir uns mit den Crimson Raiders in Sanctuary zusammentun auf diesem Pleasure hier außen nur Trottel und Mörder wie zum Beispiel dieser Heverlock ich stehe direkt hier Keule jetzt wo Lyasburg sicher ist kann ich hier den Hauptstadt wieder anschalten in dieser Stadt gibt es unzählige Dinge nur so nett mal ja ja, tausch am Mund wenn du dich in der Grenze zu bringen dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder du bist schon wieder zu liebhaft, was? tut mir leid ne wohoo, Mission so wow wow ja nächstes Level yeah Gilde wir kriegen ja noch kein Level erst mit Level 4 was? kriegen wir noch Level also hierfür unser Skill jetzt kriegen wir es mit Level 5 was für ja ich darf ja ja wie lange geht die Lassung ich da ich äh den Teich erstmal warte mal warte mal Warte mal warte mal warte ich kann mal ich muss kurz nicht da machen lassen dass ich mir sehe ok Okay. Ah, ah, ah. You have a big one? Penny? Hello? 1 immerhin um die 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 um alle hatte fahrt das war in so einem Menschen von uns und zwei Wochen also was im Ding grönen ich bin immer ein EU EU die Möchung ausgewachsen ausgewachsener Fotos Oh Junge, Alter, ein Scherlack. Da ist... Komme, zu deiner Rettung. Oh, da ist so ein kleines hässliches Vieh. Ein kleines Mongole, der hätte ich nicht. Irgendwann leben. Aus gewachsenem Diener. Das gibt's nicht. Bulli-Mong. Aus gewachsener Furz. Nein! Warte. Ja, perfekt. Lad nach, lad nach. Nachladen. Da. Du könntest dich zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Geh bitte zum schwarzen Brenn zurück. Okay. Und irgendeine Mission kann man noch finden. Hier. Ich weiß auch, wo wir denn, glaub ich. Quatsch? Ah ja. Ja, zwei Stück. Beide anlegt, sod... Oh Mann. Ach so. Uh. Das ist das nicht schlecht. Jetzt sogar. schönes Visier hat sogar kaum hat eine Kälte sie alle Wunsch der Schöpfung so sind die Kälte sie bei mir hat er kann sich ich habe einen er wird ein die so viel Schammer sein nur noch schon mal gemacht 16 er hat mich doch um Prozent weiter leben und er um die Karte zu empfehlen die Europäer das ist was wir sehen das ist kurz eine andere wo kündig nachgegangen ist das es ist wenn man in den bergenden um das ist Prozent der Zulanzer annehmen weil die da hat er und so nahe das ist die Waffe er war also grafik noch nicht lang für 19 da und ja er liegt dabei und schrott mit dem munition um und sie haben eine Schraublinkel und wiederum ist hier und scheiße es es Er hat den Geist auf, nach dem Claptrap versucht hat er sich darin zu verlieren. Oh! Junge! Wow! Oh, du kriegst dich. Gut. Das ist auch noch einer. Sieht hier sehr schön aus. Ja. Ich finde alles schön in diesem Spiel. Oh, Jan, du hast sie hinter den Löwen angekündigt. Egal, guck mich jetzt nicht. Ich geh jetzt weiter. Auf geht's. Pass auf. Manni! Das ist alles weggenommen. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja, ja. Das ist 1.50 Uhr. Ich bin lange. Weil ich schlag ihn mit meinem Tag. Ups. Ich glaube, es gibt auch einen Erfolg, wenn man ein Bett ist mit dem Dings tötet. Ich bin lange mit dem Markkampf mit dem Kaffee, das ist gut. Ich bin lange mit dem Kaffee, das ist das in der Kaffee. Ich bin immer schnell. In der Kaffee sind die Kaffee? Aber ich bin immer sicher. 100,000 Jahre mit dem Ordnung gelungen. kippt die kippt die kippt die kippt die kippt wo ja nicht sind direkt noch ein Problem Eigentlich müssen wir ja im Nahkampf können, dann machen wir die anderen Mission gleich mit. Okay. Elite-Maule. Okay. Danke, die können wir aufmachen. Und, Schild.. Schild... Schild... Schild drauf gezeichnet. Brauchst du kein Schild? Warte. Wenn dir das wo unten liegt, das ist von der Lüge irgendwo kommen.. der größten Besser aber es ist mit 100 Prozent und irgendwas er zu werden es noch schlüssel an die Polygon-Mission Prozent ich war in der Zeit nicht hier aber alles und mein Zug Papa es ist jetzt zum Unterschlupf hoch es ist es ist und mehr und Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm uns jetzt her. Weißt du rum? So. Erstmal leben. Ja, ich muss jetzt leider so ein Schild kaufen. Auch ein schlechteres, aber... Gut, kehre jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir uns, wenn wir uns einen einzigen Löcher herunterbringen. So, ähm, ähm, ja, machen wir noch die Misten zu Ende und dann, ja. Erstmal Pause. Jo, weil, ja, 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 Pause, ja, pfff. Ähm. Was ist denn gegen Kapp? Da. Wunderbar. Du hast jetzt genug Geld. Ah, gut. Da. Ähm, ja. Jawohl. Das nimmt sie. Ähm, wir müssen die Beine von beiden abgeben. Hm? Wir müssen die Beine von beiden abgeben, das können wir nicht so aussuchen. Also, wir können nur für eine Waffe entscheiden. Also, was nimmst du? Dann würde ich schon sagen, die Sniper, oder? Ja. Achso, meintest du das ja auf jeden Fall, die Sniper. Na, du, wenn ich so gerne mit Schroflinte spielst. Ja, wenn du eine willst, dann... Ich kann, ich kann den keinen mit Schroflinte übernehmen. Sniper-Rifle. Ach, Mann! Das da? Jawoll! Ach, Mann! So. Möchtest du denen einen Zwerg kämpfen? Ähm. Dann rüstet man das noch kurz aus, zum zeigen. Und immer mehr die Sniper. Möchtest du den? Ja, wir müssen die Sniper. Ja, bei dem? Das war uns KIN, perfekt. Überwachung. Ich würde schon sagen, wir machen noch ein KIN Cups und... Bis in die nächste Folge. Tschau. Bis jetzt. Bis dann.